Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie. Wir werfen nochmal einen Blick auf den brandneu vorgestellten Seat Tarrako. Das große SUV von den Spanien, was vergleichbar wäre mit einem Tiguan Allspace oder einem Skoda Kodiak. Und der ist deutlich größer als der Seat Ateca. Wir fangen allerdings mal mit dem Design an. Das ist selbstverständlich meine persönliche Meinung. Also frontal finde ich ihn richtig gut beeindruckend. Sehr expressiv, sehr kräftig auftreten. Von der Seite hat man das Ganze dann sehr klar gehalten. Und so länger ich persönlich drauf schaue, umso eher erkenne ich da den VW Touareg. Und von hinten, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Fall. Es sieht so ein wenig aus, als ob man da mit einem Faden das ganze Heck abgeschnürt hätte durch dieses LED-Lichtband. Aber um mal direkt auf das LED-Lichtband zu kommen, Seat hat durch diese sehr flachen Scheinwerfer auch komplett auf LED-Technik gesetzt. Das heißt, vorne die LED-Scheinwerfer, hinten die LED-Rückleuchten, die zudem auch wirklich komplett beleuchtet sind. Also das gesamte LED-Lichtband ist beleuchtet. Und man hat auch dynamische Blinker realisieren können. Design und Entwicklung fand übrigens in Spanien statt. Gebaut wird er allerdings in Wolfsburg. Die Markteinführung ist für 2019, also Anfang 2019 geplant. Die ersten Bestellungen können dann bereits im Dezember stattfinden. Allerdings erstmal nur in zwei Ausführungen, und zwar Style und Excellence. Die Preise sind allerdings dafür auch noch nicht bekannt. Ich würde mal darauf tippen, dass sie so Ende November, Anfang Dezember bekannt gegeben werden. Gleiches gilt allerdings auch für die Motoren. Da hat man bisher nur gesagt, es gibt zwei Diesel und dazu noch zwei Benziner, die zudem alle mit einer serienmäßigen Sechsgangsschaltung kommen, optional mit 7-Gang-DSG aufgerüstet werden können und sowohl als Front- als auch Allradantrieb ausgeliefert werden können. Das heißt, die kleinen Dreizylinder sind vielleicht mal, wenn man den Allrad nimmt, raus. Allerdings darüber hinaus kann eigentlich quasi alles aus dem Portfolio auch in den Seat Tarako eingeführt werden. Spannend war auch die Aussage, dass ein alternativer Antrieb schnell folgen soll. Allerdings war Seat auch so clever zu sagen, nicht welche Art von Alternative. Persönlich würde ich darauf tippen, dass es im ersten Anlauf wahrscheinlich sogar nur eine CNG-Variante sein könnte. Und als erste Besonderheit des Tarako, er kann auch optional mit DCC, also der Dynamic Chassis Control vom Volkswagen-Konzern ausgerüstet werden. Allerdings auch nur in der Excellence-Variante. Innen wiederum ist es wirklich ein sehr anderes Bild von Seat. Und wie gesagt, die Designsprache außen sowie auch die Designsprache innen wird auch in andere Seat-Modelle übertragen, die in der Zukunft kommen werden. So wie es sich aktuell liest, wird das Virtual Cockpit mit 10,25 Zoll serienmäßig sein. Da haben wir euch ja auch schon ein Video geliefert aus dem Seat Leon. Das wird genauso auch in dem Tarako kommen. Und das Infotainment als solches soll ein bewegliches 8 Zoll Display beinhalten, das, ihr könnt es schon sehen, auch eine komplett neue Implementierung im Cockpit als solches hat. Und darüber hinaus soll es auch Gesten verstehen können. Ob das mehr Gesten als die aktuelle Wischtechnik bei VW sind, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Das war es für den Moment mit der Premiere des Seat Tarako. Wie gesagt, großes SUV, wahlweise als 5-Sitzer mit viel Kofferraum oder auch als optionaler 7-Sitzer mit etwas weniger Kofferraum. Ziemlich genau vergleichbar mit dem Tiguan Allspace und dem Skoda Kodiak. Allerdings vielleicht preislich etwas anders platziert als eben diese beiden. Wie das dann genau aussieht, das müssen wir dann warten, bis im November, Dezember dann die Preise bekannt gegeben werden. Das war es für den Moment.